Hallo, ich bin die Gerda Bolt. Ich bin hier fürs Casting, für der Festredner, ja für die Rolle von dem neuen Film von Herrn Steinbichler. Wieso? Seien Sie doch nicht so, natürlich weiß ich, dass ich eine Frau bin, was soll das? Mein Gott, Männer spielen Frauen, Frauen spielen Männer, das. Seien Sie nicht so kleinlich. Gut, fangen wir doch einfach an. Sind Sie bereit? Jetzt pass auf, ganz vulgär. Denn wer das Glück, das ihm zu Füßen liegt, solange immer nur mit Füßen tritt. Rein rechtlich können wir ihm das Gülen ja nicht verbieten. Jetzt kommen die Oggos, die müsste man unten wieder sehen. Die Frage ist nur, wenn der gült, dann schneiden wir. Sag ade zum Haus am Koma See und komm in mein Jalet. Da ist jetzt das hier wichtig. Und deshalb rate ich zum Sonderauslauf mit dem Nevada 5000, seinen Preis von 13.750 Euro exklusive Mehrwertsteuer. Wer ist dafür? Hände hoch! Nimmat. Tja, und jetzt ist auch wichtig, da unten der Besen. Tja, G-Boy, wie lang soll ich noch um dich werben? Willst du am Ende in Schönheit sterben? Nimmat. Gut. Wurschlag abgelehnt. Ole! Kriegen wir das hin? Ja. Oder ist das sehr schwierig? Also jetzt ist es natürlich, ohne Musik ist es komisch. Na gut. Selber schuld. Voll trotteln. Naja, ich hoffe, dass es in Ordnung ist, wenn ich, meinen Sie, ich kriege die Rolle, weil das ist ja das Einzige, was heutzutage zählt, beim Casting. Euer Kindermann Hui. Okay. tree hoop ライ he w w in